Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von meinem Kanal. Heute beenden wir endlich mal diese Anime-Crossing-Serie, die wir hier irgendwie begonnen hatten, wo ich meine Anime-Crossing-Bewohner als Sims erstelle. Und ja, also der letzte Part davon kam ja schon vor einiger Zeit online so. Und der erste Part kam davor auch schon wieder eine Weile früher. Also deswegen wäre es vielleicht mal sinnvoll, dass wir das hier abschließen. Deswegen dachte ich, dass sich dieser Mittwoch ganz gut dafür eignet, dass wir da dieses Projekt beenden. Und am Wochenende kommt dann wahrscheinlich die Lucky Legacy Challenge. Und ja, ich hatte mir jetzt erstmal überlegt, ob ich eventuell die Samstage dann für meine Let's Plays benutze und den Mittwoch dann für andere Videos. Ich denke, dass das tatsächlich eine ganz gute Idee wäre. Und ja, deswegen würde ich dann nach dem... Also Samstag würde ich dann erstmal die Lucky Legacy aufnehmen. Und dann würde ich tatsächlich die Woche darauf würde ich dann das Sims 2 Projekt starten. Und da habe ich mir noch gar nicht so die großen Gedanken gemacht, was ich damit eigentlich anstellen möchte. Jedoch weiß ich, dass ich halt das Spiel nochmal ein bisschen besser kennenlernen möchte, da ich ja vorher nur das Base Game gespielt habe, wie ihr wisst. Demnach, ja, würde das halt wahrscheinlich so ein Erkundungssusplay, was vielleicht nur so 10 oder 20 Parts haben wird. Aber trotzdem freue ich mich da richtig drauf. Und ja, dann würde ich das eben den Samstag darauf beginnen. Und dann würde das halt jeden Samstag... Samstag würde dann quasi dann die Woche nach Sims 2 kommt dann die Baby Challenge. Darauf kommt dann wieder die Lucky Legacy. Darauf kommt dann wieder Sims 2 und so weiter. Und eben, genau, den Mittwoch würde ich dann halt für Challenge-Videos benutzen oder für, ja, Speed Builds oder was auch immer halt gerade so ansteht, wo ich Lust drauf habe, worüber ich sprechen möchte mit anderen... Was? Ihr wisst, dass ich nicht so gut darin bin, ohne Cuts zu arbeiten. Aber ihr wisst, ähm, glaube ich auch, was ich damit ausdrücken wollte. Also, ich möchte eben, dass, äh, genau, ich möchte, dass man, ja, dass es halt so regelmäßig kommt und dass halt am Mittwoch immer halt das kommt, was halt irgendwas anderes ist und ob es jetzt halt irgendwie ist. Ich rante über irgendeinen Pack oder über die Community oder ich, keine Ahnung. Wie gesagt, eine Challenge oder ein Speed Build oder was auch immer. Also, kann dann halt alles Mögliche sein, alles andere im Content, was ich ja sonst auch bringe. Und, ja, dann wäre das vielleicht erstmal so ein Plan. Ja, solange ich das halt hinkriege mit den Mittwochs im Video, dann würde das ja eigentlich auch ganz gut aufgehen. Und wenn halt Mittwochs kein Video kommt, dann hatte ich halt vielleicht keine Idee für die Woche oder es ging halt einfach nicht auf. Und dann können wir aber trotzdem regelmäßig die Let's Plays weiterführen, weil ich ja gesagt habe, dass ich es blöd finde, dass die so selten kommen und dass es halt dann eben, ja, einfach, dass die halt niemals zu Ende gehen werden. Und das ist natürlich blöd, wenn ich dann wirklich halt in Sims 2 Let's Play starte, dass wenn das dann halt auch wirklich erst in drei Jahren oder so zu Ende ist. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, dass wir das jetzt so handhaben. Und, ja, das ist zum Glück alles soweit. Ne? Also, das ist so alles in Ordnung soweit. Genau. Und wir sind jetzt hier schon bei Sinan. Der erste Charakter war Freya. Und ich finde, sie ist richtig süß geworden. Also, so stelle ich sie mir auf jeden Fall vor. Und bei Sinan fand ich halt sehr interessant. Ich wusste ja, dass wir so Narben und so haben. Deswegen dachte ich so, wir können auf jeden Fall das X in irgendeiner Form darstellen. Aber dann gibt es einfach im Spiel selber wirklich so eine X-Narbe. Also, das ist perfekt für diesen Charakter auf jeden Fall. Der ist mir auch relativ einfach grundsätzlich gefallen, weil, ja, also, viel zu interpretieren, finde ich, gibt es da gar nicht so. Also, es ist halt ein älterer Herr und halt so asiatisch, ne? Und, ja, also, das Blau fehlt halt tatsächlich so ein bisschen an ihm. Aber ich finde es trotzdem richtig cool und ich finde, man kann ihn grundsätzlich auch erkennen. Demnach, ja, also, ich finde es auf jeden Fall. Gelungen. Ich finde die Freya auch sehr gelungen tatsächlich. Also, sie ist eine wilde Hilde. Aber wenn sie ein Mensch wäre, würde ich sie mir auf jeden Fall so vorstellen können. Also, bin ich ehrlich. Und jetzt als letztes haben wir noch Misuzu. Und Misuzu ist mir schwer gefallen, weil ich wollte auf jeden Fall sowohl diese blauen als auch diese pinken Aspekte mit reinbringen. Und auch halt ein Kleid zu finden, was halt in irgendeiner Form wirklich zu dem passt, was sie halt ist. Das ist mir auch schwer gefallen. Aber sie ist ja halt auch so eine... Sie ist ja sehr süß, ne? Also, deswegen habe ich ihr auch so... Ja, also, ich fand, das ist ziemlich sehr so gespawnt mit diesen relativ großen Wangenknochen etc. Und das finde ich sehr passend, weil sie als Bär ist ja natürlich auch sehr rund vom Gesicht. Und deswegen, ja, habe ich dann halt geschaut, dass ich halt, wie ich das halt regle mit den Haaren etc. Und dann habe ich mich halt dann dazu entschieden, dass ich die Augenbrauen eben pink mache und ihre Haare auf dem Kopf, dass sie dann so dieses Türkis werden, damit ich halt wirklich dann beide Farben in irgendeiner Form halt mit einbringen kann. Und ja, also es ist mir wirklich schon schwer gefallen tatsächlich. Aber das Endergebnis, ich finde, dass es halt trotzdem sehr, sehr gut passt. Also, weil ich habe mir halt sehr viel Mühe gegeben, dass es halt wirklich farblich dann dem entspricht, was der Charakter halt eigentlich im... also, wie der Charakter eigentlich im Spiel ausschaut so. Und ich denke, man kann sie schon erkennen. Es ist natürlich generell schwer zu sagen, oh, das ist ein Mensch und das soll halt eigentlich ein Tier erstellen. Also, das ist natürlich schon ein bisschen weird eigentlich. Aber ich finde dann, dass die ganze Truppe, auch die anderen restlichen sieben, die ich in den anderen Videos erstellt habe, dass es halt schon passend ist. Also, dass ich auf jeden Fall das getroffen habe, wie ich sie mir als Mensch vorstellen würde, vom Charakter her. Und genau. Also, ich glaube, ich habe jetzt sogar schon fast alles so angesprochen, was ich auch ansprechen wollte. Also, ich habe auf jeden Fall das gesagt, wie ich meinen Kanal jetzt versuche zu regeln. Weil wir hatten jetzt ja letztens dieses Infovideo, wo ich dann gesagt habe, ja, ne, also, so möchte ich das jetzt gerade eigentlich nicht. Aber ja, jetzt gerade auch durch die Quarantäne hatte ich jetzt natürlich auch Zeit. Und dann habe ich jetzt auch Urlaub und dadurch werde ich das auf jeden Fall jetzt erstmal hinkriegen. Ob ich es dann auch schaffe, wenn ich wieder arbeiten bin, weiß ich nicht. Aber ich versuche es auf jeden Fall. Und sonst kommen halt erstmal nur die Let's Plays. Also, ist ja auch cool eigentlich. Weil die Let's Plays sind natürlich das, was den Kanal besonders ausmacht. Finde ich zumindest. Also, weil die 100 Baby Challenge hat den Kanal ja überhaupt erstmal ins Laufen gebracht. Finde ich. Deswegen, ja. Na. Ja. Werde ich das jetzt auf jeden Fall erstmal so handhaben, damit halt jedes Let's Play... Ja, klar, die kommen dann zwar trotzdem nur einmal im Monat so. Aber immerhin, ja. Also, ich habe dann drei Projekte am Laufen. Und das ist dann ja auch trotzdem viel Arbeit, ne. Also, ich meine, ich nehme halt für einen Part immer jeweils ungefähr eine Stunde auf. Und das macht natürlich super viel aus, ne. Also, das ist natürlich super viel Zeit, die drauf geht. Manchmal nehme ich sogar länger auf. Manchmal natürlich auch ein bisschen kürzer. Das kommt natürlich dann immer drauf an. Und dann muss ich halt auch immer noch schneiden und gucken, dass das halt irgendwie unterhaltsam ist, ne. Und das ist manchmal ein bisschen schwer. Da bin ich ehrlich. Aber grundsätzlich... Ja. Sollte das erstmal auf jeden Fall funktionieren. Und ansonsten kann ich das ja auch immer noch abändern. Und ja, ich denke, das sollte jetzt auch erstmal dann jedem so gefallen, wie ich mir das jetzt halt so ausgedacht habe. So, jetzt geben wir Misuzu noch einmal kurz die ganzen Trades. Und dann war es das tatsächlich auch schon mit dem Video. Deswegen hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin und tschiiiesss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.